Guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur SWF Jazz Session auf den Donaeschinger Musiktagen 1980. Wir dürfen Ihnen vorstellen, seit Jahren angekündigt, nun endlich realisiert New Jazz from Japan. Wir haben drei Gruppen, wenn alles gut geht, vielleicht auch noch als viertes eine Überraschung, aber das muss sich entwickeln. Zwei Gruppen, in denen neue Musiker des japanischen Jazz spielen und dann eine Gruppe mit drei Altmeistern, deren Namen viele von Ihnen auch schon kennen werden. Zunächst darf ich Ihnen vorstellen, das Kuninaka Quartett. Und nun darf ich Ihnen vorstellen, Shota Koyama am Schlagzeug. Katsuo Kuninaka am Bass. Katsutoki Umezu, Altsaxophon und Bassklarinette. Und Shige Haru Mukai Posaun. Vielen Dank. Katsutoki Umezu, Altsaxophon und Bassklarinette. Katsutoki Umezu, Altsaxophon und Bassklarinette. Katsutoki Umezu, Altsaxophon und Bassklainette. Katsotoki Umezu, Altsaxophon und Bassklarinette. Katsutoki Umezu, Altsaxophon und Bassklarinette. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020